Hallo liebe Freunde meines kleinen Kanals. Gestern schrieb ich securityrichter.de an, den viele von euch als Kommentator unter einigen Videos schon kennen dürften. Mario ist mal seinem zweiten Hobby nachgegangen und hat für meinen Kanal ein Musikstück getextet und eingespielt. Da ich euch das natürlich nicht vorenthalten will, könnt ihr es nun hören. Herzlichen Dank für deine Mühe Mario. Hat mein Handy grad geklingelt, waren wir früher dran. Sie wollen Geld, doch ich lach nur, weil ich's besser kann. 2019, kannt jeder Trick. Sie wollen mein Gott trauen, doch mein Herz bleibt jetzt dick. Aber jeder Schwindler kriegt von mir keinen Blick. Geh weg mit deinem Scam, es ist ein Preis, den du nicht zahlen kannst. Komm aus den Lachen, den Wortfresser, lass dein Holz, das wohl nicht zahlen kannst. Callcenter Crusher. Callcenter Crusher. Der Telefonbetrüger-Schmescher. Bei YouTube stell ich sie bloß. Vor Jammern machen die sich dann in die Hose. Immer die gleichen Maschen, ich erkenn sie jetzt. Die wollen Daten klauen, doch ich schläg direkt auf. Die versuchen's immer wieder, doch ich steh nicht dran. Denn mein Detektor schlägt Alarm und ich bleib wachsam. In der Leitung bleibt nur meine Spott und Hohn. Denn die Spiel, die spielen nicht, ich bin längst schon gone. Der wachsend ist der Sache, liegt das Hässt, ich bin gestessen gone. Callcenter Crusher. Der Telefonbetrüger-Schmescher. Bei YouTube stell ich sie bloß. Vor Jammern machen die sich dann in die Hose. Oh, 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 oh. Wir sind die Legion, kennt ihr uns schon? Soundboard, Telefonziegel. Call, Time-Steel, Callcenter-Nightmare. Swiss-Center-Quatsch und Telefonveräppler sind eure Jäger. Wenn mein Handy vibriert, liegt Betrug in der Luft. Sie zielen auf die Schwachen, doch ich bin voll in Saft. 2020 war gestern, jetzt sind wir schlau. Scammer, Huche, doch ich zieh ihnen den Stau. Sie wollen meine Infos, doch die Tür bleibt zu. Oh, 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 oh. Call-Center-Crusher, der Telefonbetrüger-Schmescher. Vergess das Abo und die Glocke nicht, sonst kommt Crusher auch in dein Gesicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020